Kommen wir zu Rio, Realio Network, der wirklich eine sehr, sehr krasse Performance jetzt hingelegt hat. Also man muss auch hier einfach mal sagen, das ist eine Bärenmarkt-Performance hier in dem Sinne gewesen. Wir waren wirklich auf 2, knapp 1 Cent waren wir runter, 1,5 Cent sind das hier gewesen. Also vom Boden aus hat der jetzt einfach schon mal 5.500% gerissen, ja. Und das muss man sich halt einfach mal reinziehen. Und es ist ja immer noch ein Small Cap für diejenigen, die jetzt da hier so sagen, ja, aber der hat da jetzt sein 50, 70X gemacht, irgendwas in die Richtung, der ist auch durch. Wir sprechen hier immer noch von einem Small Cap, also von einem absoluten Low-Market-Cap. Da müsste, einfach nur um es zu vergleichen, wenn die Menge an Geld, die in XRP reinfließen muss, zum Beispiel um irgendwie 10% zu machen, wenn diese Menge in Rio reinfliegt, dann haben wir da ein 10X in diesem Projekt. Ja, also da ist einfach immer noch meiner Meinung nach sehr, sehr viel zu holen. Und es spricht auch absolut nichts dagegen, dass dieses Projekt da auf jeden Fall in die höheren Dollarpreise kommt. Sprich optimal, mit der Aufwärtsbewegung hat er jetzt natürlich hier die Sequenz abgearbeitet in grün. Wir sind hier das letzte Mal eingestiegen, hier unten, da haben wir eine sehr, sehr schöne Rendite noch mitgenommen. Wie gesagt, nicht die perfekte, so früh hatte ich das Projekt nicht auf dem Stirm, als er hier wirklich bei 1, 2 Cent stand, aber auch von diesem Punkt hier aus war das eine sehr geniale Rendite. Optimal wäre es gewesen, wenn er die Gesamtbewegung jetzt hier korrigiert hätte und nochmal auf 43 Cent zurückgekommen wäre. Hat jetzt leider hier bei 49 Cent schon reagiert, aber noch ist die Sequenz ja nicht überextendiert, sprich auch das feurige Hai hier nicht gebrochen. Vielleicht kommt er dementsprechend ja nochmal zurück und wir können dementsprechend von hier aus dann nochmal weiter Gas geben. Das wäre natürlich optimal für das Projekt. Erhalte bis zu 1.000 Dollar Bonus auf Maxi und mit dem Link in der Videobeschreibung kannst du dein Leben lang Gebühren sparen. Ansonsten, Long Term, müssen wir hier auch einfach abwarten, was hier möglich ist, weil schaut euch das mal an, da haben wir einfach nicht nennenswert viele Chart-Daten hier. Insbesondere nach dem Launch war das natürlich erstmal ein reiner Abverkauf und viele sind natürlich überhaupt davon ausgegangen, dass das Projekt relativ tot ist, weil wenn du von über 3 Dollar runter auf einen Cent fällst, dann sieht es natürlich immer relativ schwierig aus. Aber das Projekt hat sich sehr, sehr stark entwickelt, ist auch SEC-konform, also SMC-compliant, sprich, dass sie da nicht angeschissen werden können, was auch bestätigt ist, von wegen, dass es ein Wertpapier sein könnte oder sowas, was natürlich das Projekt sehr beflügelt hat und hier sprechen wir auch einfach vom Thema Real-World-Essence-Tokenisierung, was nun mal einfach ein heißes Thema jetzt aktuell im Kryptomarkt ist, eins der Narrative, auf das es zu setzen gilt und da müssen wir schauen, was er macht. Grundsätzlich, da es einfach ein Low-Cap ist, ist da immer noch problemlos auch ein 10x drin, sprich, dass der hier definitiv in Richtung 5 bis 10 Dollar kommen könnte und das All-Time-High auf jeden Fall schlägt. Das wäre nicht unlogisch und dementsprechend haben wir dann auch eine sehr, sehr geile Performance für Rio. Ich bin aber da, mehr auf eure Kommentare gespannt. Wie gesagt, analysetechnisch müssen wir hier schauen, optimal wäre es, wenn er hier nochmal ein bisschen runterkommt, damit wir dann auch final mehrere Chart-Daten haben und sagen, okay, da geht es hin. Ansonsten ist es jetzt mehr eine reine Überlegung, mehr glaskugelige Quatsche, wo da hingehen könnte. Ich bin dennoch auf eure Preisprognosen gespannt. Was denkt ihr, wo Rio landen könnte im Bullrun? und ansonsten lasst gerne ein Like und ein Abo da.